Wir sind sehr stolz darauf, was er jetzt kann. dass es jetzt hier zu starten und das Ganze zu übernehmen. Also hier ist mein Onkel Pino. Er wollte mir das Tanzen beibringen und mal schauen, ob das alles klappt. Er ist locker geworden und wir sind sehr stolz darauf, was er jetzt kann, das wird er schon hinbekommen. Und das Zeug dazu, Superstar zu werden. Ich werde es euch beweisen. Hier ist Javalin. Hier ist Michael. Javalin. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.